Frappuccino wie von Starbucks, mix dir das Trendgetränk zu Hause ganz einfach selbst. Hi, hier ist wieder Daisy aus der Mein-Zaubertopf-Küche und wenn du auch ein großer Starbucks-Fan bist, genau wie ich, dann wirst du diese Folge lieben, denn wir zaubern heute mit Hilfe unseres Thermomixes einen super leckeren Karamell-Frappuccino. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin ja überhaupt gar kein Kaffeetrinker, aber dieses Trendgetränk hat es mir echt angetan. Es ist wirklich mega lecker und das Beste ist, wenn du dir das Ganze einfach zu Hause selbst mixst, ist es wirklich wesentlich günstiger. Denn bei Starbucks, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen darf, sagen wir dann einfach eine Kaffeekette, kostet das Ganze fast 5 Euro in einem kleinen Becher. Das heißt, pro Becher sparen wir wahrscheinlich locker 3,50 Euro und wir schonen nicht nur unseren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt, denn auf diese ganzen Einweg-Plastikbecher verzichten wir natürlich auch. Und für unseren Karamell-Frappuccino brauchst du auch nur ganz, ganz wenig Zutaten und das ist einmal Kaffee, Milch, Eiswürfel und ein bisschen Vanillezucker und dann habe ich noch so eine kleine Geheimzutat, damit das Ganze noch ein bisschen cremiger wird. Das verrate ich dir aber jetzt gleich während der Zubereitung und solltest unseren Kanal noch nicht abonniert haben, mach das auf jeden Fall direkt jetzt. Das Schöne ist, unser Rezept ist so kinderleicht. Du kannst es natürlich nachlesen bei uns im Zaubertopf-Club. Das Gute ist, es kommt wirklich alles gleichzeitig in den Mixtopf und dann musst du das Ganze nur noch garnieren und toppen und es ist einfach nur lecker. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du das Trendgetränk schon mal getrunken hast oder ob du es sogar schon mal selber gemacht hast. Also Eiswürfel sind schon im Mixtopf. Ich gebe jetzt einmal Milch dazu. Statt Vollmilch kannst du natürlich auch eine Pflanzenmilch nehmen, dann ist das Ganze auch vegan. Dann habe ich jetzt hier einmal Kaffee, abgekühlten Kaffee. Du kannst natürlich, wenn du es ein bisschen stärker haben möchtest, auch ein Espresso nehmen, dann allerdings ein bisschen weniger als unsere Menge hier. Also Kaffee kommt auch dazu. Dann kommt selbstgemachter Vanillezucker dazu. Das ist ja immer intensiver. Und jetzt habe ich dir ja gesagt, ich habe so eine kleine Geheimzutat, damit das Ganze noch ein bisschen cremiger wird. Und das ist jetzt hier einfach Johannesbrotkernmehl. Du kannst auch Santan oder Pektin nehmen. Es ist wirklich nur so eine Messerspitze, die du dazu geben musst. Es ist aber auch tatsächlich im Original anscheinend wirklich drin, habe ich zumindest gelesen. Und wenn du das nicht hast, kannst du das Ganze aber auch einfach weglassen. So. Und das Ganze wird jetzt einmal durchgemixt und zwar 30 Sekunden auf Stufe 6 erstmal. Unser Frappuccino ist schon fast fertig. Jetzt wird das Ganze nochmal durchgemixt, also die Eiswürfel sind schon weg. Aber damit das Ganze besonders cremig wird und auch noch so die letzten Stücke da raus sind, wird das Ganze jetzt nochmal 10 Sekunden auf Stufe 8 gemixt. Und dann ist es auch schon fertig. Es geht ja echt super in die Luft. Und so schnell ist es wirklich fertig. Also du siehst, der Aufwand ist wirklich minimal. In der Zeit kannst du noch nicht mal in die Kaffeekette marschieren. Und wie gesagt, günstiger und umweltfreundlicher ist es ja allemal. Ich fülle mir das jetzt hier mal in den Becher. Die Menge reicht übrigens für zwei Gläser ungefähr für 350 Milliliter. Boah, das sieht so lecker aus. Ich toppe das Ganze natürlich jetzt noch mit Sahne. Die habe ich schon vorher steif geschlagen. Wir brauchen für das Rezept so ungefähr 100 Milliliter. Ein kleiner Tipp, der Thermomix schlägt Sahne eigentlich erst richtig gut ab 200 Gramm. Einfach den Rühraufsatz einsetzen, auf Stufe 3,5 steif schlagen, ohne Zeitangabe. Und die restliche Sahne hält sich auf jeden Fall ein paar Tage im Kühlschrank, ungefähr so drei Tage oder so. Alternativ geht natürlich auch, wenn es ganz schnell gehen soll. Darf ich das hier sagen? Aber ich mache es zu Hause auch manchmal einfach Sprühsahne nehmen. So, ich toppe das jetzt hier. Und ich bin so begeistert, wie super schnell und einfach das wirklich ist. Und dann kommt natürlich noch eine ordentliche Ladung Karamellsoße darauf. Du kannst das Ganze auch noch mit ein bisschen Schokoladensoße toppen oder mit so ein bisschen Kakaopulver. Also ich kann es dich echt austoben. Boah, guck dir mal an, wie lecker das aussieht. Bei mir darf ordentlich viel drauf, weil ich liebe das. Und ich glaube, jetzt muss ich schnell trinken. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mach das Rezept unbedingt nach. Schreib mir in die Kommentare, ob dir das Trendgetränk hier auch so lecker schmeckt. Ich sag dir, auch für nicht Kaffeeliebhaber ist das eine richtig gute Abkühlung an heißen Tagen. Prost, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Und das ganze Rezept zum Nachlesen findest du, wie gesagt, bei uns im Zaubertoft-Club. Tschüss! 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 Tschüss!